Du fährst aber nicht, oder? Ich lenke nur ein bisschen. Das meiste machen die Rentiere. Das ist mein viertes Jahr als Weihnachtsmann. Und bei dir? Ich hab den ganzen Mist angefangen. Hoch, hoch, hoch! Es ist Weihnachten! Wir haben entschieden, du bekommst ein Geschenk schon jetzt. Was ist das? Das ist eine direkte Hotline zu Santa persönlich. Ich kann mit Santa sprechen, echt? Na schön, ihr Partymäuse. Willkommen zu eurem miesesten Weihnachten aller Zeiten. Vorwärts! Du hast 300 Millionen Dollar in deinem Tresorraum neben. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ich will keinen Ärger, okay? Ich hau einfach ab durch den Kamin. Wer ist er? Das ist kein gewöhnlicher Mall-Center. Santa, bist du da? Daddy sagt, du bist heute sehr beschäftigt. Mein Name ist Trudy Lightstone. Wirst du uns helfen, Santa? Ja, Trudy. Santa? Du stehst bei den Hartigen. Der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Zeit für etwas Weihnachtsprügel. Scheiße, wer bist du? Was? Aber was für ein Erde-Echter? Ich sage dir, Santa ist nicht echt. Diese bösen Männer sind auf meiner unartigen Liste. Unartig. Das ist unartig! Und was machst du mit den Unartigen? Ich gebe ihnen einen Klumpen Kohle. Chelsea! Das muss ich sehen. Fah! Ich glaube an dich, Santa. Euer Ernst? Wer von euch war das? Prancer! So unprofessionell.